zack 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 und die 48 nehmen wir mit erde erde das zeug das zeug sonst haben wir nicht dabei den brauchen wir gleich wieder brauchen wir auch auch eventuell keine ahnung nein eigentlich nicht aber egal damals dann schon langsam auch genug von dem koffer die bauern auch nicht brauchen auch nicht brauchen wir schon und die können wir eigentlich gleich hier machen wir brauchen protein 4 wir haben jetzt noch 3 also 3x4 sind 12 ich kann gut rechnen oder so viel werden wir nicht zusammen bekommen das heißt wir werden hier noch mal ein bisschen holz machen müssen hier machen wir das ganze mal so und dann haben wir natürlich wieder 8 dingsens bekommen das ist so ein schwachsinn dieses drücke drücken da für acht druckplatten braucht man jeweils ich glaube man braucht nur zwei oder das heißt ich bekommen dass sie sich dreimal 4 oder 12 und so macht und so macht und so macht und so macht ja okay das kann schon mal nicht sein man bekommt für sechs dinge 2 und 8 hatte ich also bekomme ich 24 wenn nicht dann wird schon passen was weiß ich mir doch wurscht so guten morgen hier slime zack das brauchen wir hier nicht das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr da hin da hin da hin da hin dann einmal da hin und jetzt geht es wieder mit diesem scheiß wasser da lose ich habe eigentlich keinen bock mir jedes mal einen neuen brunnen zu machen aber da vorne ist ja eh wieder einer das heißt das passt dann schon außer ich schaff es nicht zu einem einfachen jump hin zu bekommen gehen wir mal schnell da rüber zack wobei wir machen uns einfach noch einen und zwar da drüben aber hier müssen wir auch gleich hin und da habe ich keinen bock dann diesmal so weit zu latschen schreibt bitte unten in die kommentare ich bin ein schlechter jumper das stimmt und naja ab und so geht es schon zack 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 und zack 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 zumal wieder auf zack und zack hier passt alles von der strömung Wunderbar, es wird schön in die Mitte geleitet, aber nicht nach außen. Und genau so wollen wir es ja haben. Ich bin beim ersten Mal drüber gekommen, schafft nicht die, ja Mann, ich bin was besonderes, Mann. Ja, schon wieder nicht mehr. Vor allem, das war nicht meine Absicht. Zack, einmal drüber, zack, äh, wo ist denn da der Brunnen, da war mal ein Brunnen, oder eine unendlos Wasserquelle, wie auch immer. Ah, muss mal da hergehen, zack, zack. Und noch einmal, und dann haben wir es eh schon wieder geschafft, ging ja hier ratzi fatzi, ratzi fatzi, rose josef ratzinger, wie auch immer. Nein, 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 nein. Ich bin auch ein bisschen dumm. Dass einem so etwas, was er mir erst zum Schluss einfällt. Ich weiß es nicht, ich kapier es nicht. Aber nun ja, wir hätten jetzt das schön großzügig alles unterteilt. Und ich würde mal sagen, es ist Zeit, ein bisschen Dunkelheit in das Spiel zu bringen. Ich würde ausnahmsweise hier ein bisschen den Flugmod verwenden. So wie fast nie. Oh, wir müssen ja noch unseren Slime mit irgendwas unterhalten. Da habe ich schon noch gar keine Ahnung mit was. Was wollen wir denn mit unserem Slime anstellen? Wollen wir ihn töten? Wollen wir ihn, ich weiß, mit Cheatereien woanders hinbringen? Das geht einfach nicht anders. Oder wollen wir ihn einfach nur töten und so viele Slime-Bälle rausbekommen, wie wir halt rausbekommen können? Da ich diese Entscheidung eigentlich gleich treffen sollte, könnte ich das leider nicht in die Kommentare herumfragen. Wobei könnte ich schon. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, dass wir den woanders hinpflanzen sollen, dann entferne ich einfach wieder die ganzen Slime-Bälle, die ich jetzt dann gewinne. Und dann kann ich den hier wieder mit Sets bauen und so wieder herbekommen. Ist ja heutzutage kein Problem mehr. So. Schlankern sammens wird es dunkel. Und ich werde jetzt einfach mal... da unten das zumachen, weil ich weiß, dass da ganz kleine dann rauskommt. Stirb. Nein, nein. Nein, das definitiv nicht. Das definitiv nicht. Set. Sp... 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 Slime. Slime. Ja, kein klein. Den werde ich wieder so beenden. Äh. Hä, wieso gibt der mir jetzt... Nein, das lasse ich nicht zu. Ich bin nicht dafür einverstanden, dass wir das so machen. Das ist eine Schmähneöd. Set. Ja, wieso Set? Spawn. Slim. Bäh, Idioten. Doch kein... Ein normalen. Mit großer Größe halt. Spawn. Slim. Ihr wollt mich doch verarschen. So, tschüss. Spawn. Slim. Jawohl. So muss er ausschauen. Und jetzt werden wir das Ganze mal mit Diamantschwert probieren. Was? Äh, hä? Ich verstehe das nicht. Die werden doch immer kleiner da normalerweise. Idiot. Und jetzt werde ich einen ausgekugelten Test machen mit diesem Scheiß Mistviech. Auch wenn es hier die Let's Show, Let's Play Welt ist. Das ist mir zurscht. Und wir werden jetzt das Ganze noch ein bisschen erhöhen. Die Mauer. Und dann werden wir hier einen Test machen. Ich mache dazu extra noch mal ein bisschen mehr Licht. Und ich weiß, ich sollte es vielleicht nicht in der Let's Play Welt machen. Aber das ist mir jetzt mal egal. Und von mir aus auch da, zack. So. Links. Hä? Links. Rechts. Set. Acht. Acht. Was? Äh, ich hasse diese Scheiße. Das ist so ein Kack, Mann. Oh nein. Was habe ich getan? Habe ich jetzt die Schilder auch noch B? Mann, ey. Gut, dass sowas überhaupt nicht ankotzt, hey. Ah, da seht ihr mal, was dabei rauskommt, wenn man da umeinander cheatet. Gut, dass die Scheiße überhaupt nicht nervig ist. Zack. Zack. So, passt wieder. So. Set. Acht. So, und jetzt stirb. Und ich will ganz viele kleine Mäuschen haben, weil sonst wäre ich ziemlich hysterisch genervt. So, ich will das auch nicht. Natürlich kommt dabei nichts raus. Kann mir bitte mal irgendjemand in die Kommentare schreiben, warum man, wenn man einen großen Slime hat, keine Slime-Bälle rausbekommen kann? Also ich verstehe das nicht. Ich bitte um Kommentare, um Antworten, wenn es an irgendwelchen Mods, Cheats, wie auch immer, ich weiß echt nicht, woran das liegen soll. So, auf alle Fälle, schmeißen wir erstmal wieder die Dingens weg, Flugmod machen wir dabei auch wieder aus, und dann sieht's aus, als hätten wir nicht genug Steine. Also ich bitte euch in die Kommentare zu schreiben, warum wir aus großen Slimes keine Fickdinger mehr bekommen.